Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Umbau in Willow Creek. Ich habe mir heute die Gartenresidenz vorgeknüpft und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, in der Gartenresidenz wohnen die drei besten Freunde auf Lebenszeit und ich wollte denen eben ein etwas schöneres Zuhause gestalten. Und dazu habe ich jetzt erstmal eine neue Raumaufteilung gemacht, beziehungsweise ist die Raumaufteilung ziemlich ähnlich, wie sie vorher war, aber die Räume haben sich ein bisschen verändert, also das Bade ist zum Beispiel nicht mehr da, wo es vorher war. Und außerdem haben sie noch ein extra Klo, wo noch eine kleine Dusche mit drin ist, genau, und ein großes Badezimmer. Und ich habe mir eben gedacht, die drei leben ja in einer Art Wohngemeinschaft, WG und ja, ich glaube irgendwie, die eine steht auf den anderen und er steht nur auf eine von den beiden Frauen oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich habe mit der Familie tatsächlich noch nie gespielt, also ich spiele eigentlich immer nur mit meinen Sims, die ich erstellt habe, jetzt gar nicht so wirklich krass, mit welchen, die vom Spiel irgendwie selbst so vorgefertigt wurden. Es sei denn, ich will irgendwas ausprobieren oder ich habe mal wieder diese Sims-Zeit, wo ich Sims-Todesarten teste, aber darüber möchte ich nicht reden. Was ich eigentlich sagen wollte, wir befinden uns jetzt hier in der Küche und im offenen Wohnbereich. Ich wollte diese WG eben sehr bunt gestalten, denn die drei sind ja, ich glaube, junge Erwachsene und deswegen habe ich mir gedacht, kann man die Wohnung gerne mal ein bisschen bunter gestalten. Und falls jemand von euch vielleicht mal eine Challenge mit diesen drei Charakteren spielen möchte, kann er dieses Haus ja gerne runterladen und die Sims vielleicht nochmal in Teenager verwandeln, denn dafür wäre die Wohnung auch perfekt. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch mit einer Teenager-WG hier einzuziehen. Denn wie gesagt, das ist alles sehr bunt gehalten, vor allem jetzt auch das Badezimmer. Das habe ich sehr bunt gestaltet, also es war eine kleine Überwindung, aber als ich das mal gemacht habe, ja, fiel es irgendwie auch leicht und ich konnte endlich mal diese grellen und bunten Farben aus verschiedenen Packs nehmen, was auch ganz schön war. Bei den Häusern in Willow Creek, wo schon Familien drin wohnen, ist es irgendwie nochmal anders, die umzugestalten, denn hier habe ich so ein bisschen Hintergrundinformationen, also was ich reinbringen kann, damit das Haus ein bisschen mehr Persönlichkeit auch hat. Und das habe ich dann später auch vor allem bei den Schlafzimmern der drei Sims eben versucht. Und im restlichen Haus, wie gesagt, habe ich alles sehr quietschbunt gestaltet, dass man einfach sieht, hier wohnen junge Leute, es ist alles ein bisschen verrückt, chaotisch und teilweise auch etwas unaufgeräumt. Ich möchte jetzt natürlich keinen jungen Menschen vorwerfen, irgendwie unordentlich zu sein, aber es ist halt trotzdem öfter mal so, dass man vielleicht Sachen eher liegen lässt, als wenn man schon ein bisschen älter ist und einfach, ja, checkt, dass es schon Sinn macht, irgendwie Sachen wegzuräumen, weil man die dann irgendwann später wegräumen muss und dann liegt vielleicht ziemlich viel Müll drauf. Aber ich komme schon wieder vom Thema ab. Also wir befinden uns mittlerweile im Bad und da habe ich auch das erste Mal seit sehr langer Zeit Waschmaschinen platziert und ich habe da so eine kleine Waschküche draus gemacht, denn irgendwie war das Badezimmer dann doch größer, als ich gedacht habe. Also habe ich letztendlich eine kleine Waschecke hier eingerichtet. Und dann natürlich auch noch das Nötigste, das ich so platzieren musste, damit ein Bad überhaupt funktioniert, also sowas wie Handtücher, Pflanzen, das ist sehr wichtig in einem Badezimmer, weil mit denen kann man sich abduschen. Ich rede echt wieder viel Blödsinn, es tut mir sehr leid. Ja, dann habe ich auch alles noch ein bisschen dekoriert. Also dieses Unordentliche, das ich gerade gesagt habe, habe ich eben vor allem auch in der Küche so ein bisschen probiert, dass man nicht so viel Platz hat, um was zu kochen. Es müsste aber trotzdem funktionieren, dass man was zubereiten kann. Also da sind ja noch Theken frei. Aber sonst, die restlichen habe ich so ein bisschen nicht zugemüllt, aber ist ja zugestellt. Und dann bin ich auch schon in die Schlafzimmer der Einzelnen sind gegangen und das hier ist jetzt das Schlafzimmer von Liberty. Und sie ist ja mit einem lilanen T-Shirt eben angezogen, deswegen habe ich die Farbe lila hier mal aufgegriffen. Und sie stelle ich mir irgendwie ziemlich cool und tough vor. Und ja, ich könnte mir eben auch sehr gut vorstellen, dass sie eine Zockerin ist und vielleicht auch gerne streamt und Videos aufnimmt, gerne Musik auch hört und eher so diesen dunklen Kleidungsstil auch vertragen könnte. Also irgendwie hatte ich diese Vibes bei ihr. Und die Poster hier haben einfach super gut dazu gepasst. Also ja, dieses Zimmer hat mich irgendwie total angesprochen, als ich das eingerichtet habe. Fand ich auch sehr cool den Style. Dann für Summer Holiday habe ich ein sehr mädchenhaftes rosanes Zimmer eingerichtet. Also dieses klassische Klischee von rosa Mädchendraum bla bla. Und dem habe ich mich einfach mal hingegeben und habe das so kitschig wie irgendwie möglich eingerichtet. Und Summer hat ja so ein gestreiftes T-Shirt an und wird später ja Köchin. Deswegen habe ich hier ein bisschen Obst platziert, weil ich mir gedacht habe, dass man so ein bisschen Ervorstellungen bekommt, was sie vielleicht mal beruflich machen könnte. Dann bin ich in das Schlafzimmer von Travis. Und ja, also Zimmer von männlichen Sims, es fällt mir so schwer, die einzurichten. Woran liegt es wohl? Ich bin halt weiblich, also deswegen ist es echt schwierig. Aber ich habe mir bei Travis gedacht, dass er vielleicht Musiker werden könnte oder so Musik total feiert. Deswegen habe ich eben so ein DJ-Pult platziert und ja, auch so Musik-Tapeten. Und dann im Außenbereich habe ich eben noch so eine Sitz-Lodge eingerichtet. Dann ist mir aufgefallen, dass ich noch gar keine Verbindungstür nach draußen habe. Die habe ich dann eben platziert und dann den Außenbereich noch ein bisschen grüner und bunter gestaltet. Denn dieses Grundstück ist ein 30x40 Grundstück und es ist echt so wahnsinnig leer. Also dieses Grundstück ist gar nicht ausgefüllt, gar nicht richtig genutzt. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Pflanzen platziert, damit es ein bisschen freundlicher und voller aussieht. Ja, die Außentapete und allgemein das äußere Bild vom Haus habe ich auch noch ein bisschen verschönert, wieder einen neuen Anstrich gegeben und einen Weg nach hinten noch raus gemacht. Denn ich fand es ganz schön, dass man da dann irgendwie rausgehen kann zum Spazieren oder so. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende vom Suite-Bild. Ihr seht jetzt noch das fertige Ergebnis. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.